Der Einbürgerungstest auf das Leben in Deutschland. Was gehört nicht zur gesetzlichen Sozialversicherung? A. Die gesetzliche Rentenversicherung. B. Die Lebensversicherung. D. C. Die Arbeitslosenversicherung. D. Die Pflegeversicherung. Was gehört nicht zur gesetzlichen Sozialversicherung? A. Das Und hier ist die Art den manchaulischen Beitrag von Stutt Šul Imling so werden wir vorherigen Beweise Parrot beisons ho laughing kreua laugh von der und Presents nach einem kleinen Sachen. Man sollte der Dienstachter durchwenden und sogenannten Nutzen der Muskeln wie die Hölle von Arbeit. Auch wenn man schlusser ein an der Knieß ist, wenn man selber die Musiker im Lebenzieher hat, dann kann man eine etwas Art von der Knießung aufzunehmen. Was ist das? Also das ist der Technik der Knießler. Wir sehen uns nun was, was der staatlichen Game an der Knießelschweigen zu uns, wenn ich sie nicht benvene, als ich um die Saturday-Knießelmähne ein vamosgebracht habe. Erstmal ist die Gesetzzehnte Rentenphysienung. Rentenphysieung, was ist? Tämien den Tarif und der Tarifung. Und wenn ich die Tarifung habe, dann mache ich die Tarifung. Ich mache das Tarifung der Tarifung. Das ist das Tarifung der Tarifung der Tarifung. Wenn ich die Tarifung habe, dann mache ich die Tarifung auf die Tarifung, weil ich habe eine Tarifung für die Tarifung. Ich mache meine Tarifung mit Tarifung. Weil ich bin, wenn ich arbeite mich, bedoubte ich an Wettungsmaßung für eine Art der Einbotschafter für die Art des Stiegelsquand engaged. Das ist Werteilig. Diese Einbotschafter ist eine Verbindung zwischen den Stiegelsquand. Ich bin nicht ein Niedscht, sondern ich muss auf die Anwendung nicht auf den Stiegschnalzen. das heißt Juntoco und was soll man wenn die Gesellschaft rausgehen muss? und die besondere Rechnung anzidenz mit einem Schweren um die Verbetriebene von der Welt zu beteiligen. Wenn du einen Schweren rechnen kannst, gehen auf eine Schwerke gewählte und erstaunliche auf den Leben. Also wenn du als Einwohner im Weg bist und dein Leben wirst, du hast du keinen Sinn dafür in den Verbetriebene zu beteiligen. Wenn du einen Schweren rechnen kannst, wenn du eine Schwerke gewählte, auf die Schwerke gewählte und erstaunliche Verbetriebene ist das hier. Das ist der Frage, Und das ist der Nachteil unserer Werte. Das ist der Nachteil. Die Einladung der Arbeitsteilung. Wenn ich kiepile 30% über die Erwartung desto und ich bin auf den Kiepile, dann kann ich riechtern. Also, ob ich kiepile widmen nichts, kann ich tремeln nur irgendwo. Wenn ich kiepile en ber'Tfälle, dann kann ich kiepile einen Kiepile um mich ein bisschen mehr zu tun, um für meine Art und Weise zu kommen. Wenn ich die Kiepile auch einen Kiepil wieder advised habe, ist, dann kann ich noch ein neurales Problem sein. So in dieser Zeit, hoher ich einen großen Job gunge. Ich nehme meine Städte und Läge von der internationalen Kaffee und rätten, ich nehme meine Arbeit und ich meine Essenz und ich habe etwas mehr Kochen und ich habe einen Ort, weil ich meine ich etwas Zettel und Echtung habe, vor dem ich zu einem einen Ausdrucken und Echtung habe, zu einem Diplägen und Echtung, im Umgebung der Echtung zu machen. Das ist das Gleiche Möglichkeit. Das ist das Gleiche, die Echtung der Echtung. Das ist das Gleiche, nicht die Echtung der Echtung. Das ist das Gleiche und die Echtung. Das ist das Gleiche, das Gleiche und das Gleiche. Das Gleiche ist das Gleiche. der nicht der Nachricht derscenen der Not alcoholic, weil er Lebensversicherung und die Entschuldigung ist Die Veränderung ist die Vergnöfung. Ich wünsche Ihnen die Ausbildung die Ausbildung Ich wünsche Ihnen die Erstellung sicherlich. Wir TCP und encryption haben die Ausbildung. Und das ist die Ausbildung� gonna ils sehen Sie auch, die Ausbildung librauchen. Ich wünsche Ihnen die Ausbildung und sie haben die Ausbildung. Ich wünsche Ihnen die Ausbildung. Vielen Dank für's Zuschauen und auf YouTube und zum nächsten Mal und bis zum nächsten Mal.